Na, und was genau essen Sie und Ihre Schülerinnen und Schüler am Tag der gesunden Ernährung? Ich begrüße Sie ganz herzlich bei Bildung auf die Ohren, dem Podcast des Deutschen Bildungsservers. Mein Name ist Carolin Hartmann. Das Thema Ernährung ist bundesweit ein fester Bestandteil in den Grundschullehrplänen, aber auch in den weiterführenden Schulen ist es immer wieder ein äußerst beliebtes Unterrichtsthema. Dazu habe ich für Sie ein paar kostenlose Materialien zusammengestellt, die Ihnen bei der Unterrichtsvorbereitung helfen könnten. Für den Unterricht in der Primarstufe hat die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung tolle kostenlose Unterrichtsmaterialien zu den Themen Frühstück, Pausenbrot und Getränke herausgegeben. Hier finden Sie auch ein umfangreiches Unterrichtsmodul rund um den Apfel sowie Materialien zum Thema Geschmackssinn für die dritte oder vierte Klasse. Zu den verschiedenen Themen können Sie vom DGUV-Portal jeweils Handreichungen und mehrere Arbeitsblätter kostenfrei herunterladen. Wenn Sie in der Grundschule die Einführung in digitale Medien vielleicht mit dem Thema Ernährung verbinden wollen, bietet sich zudem die Website wirfmichnichtweg.de an. Vielleicht nimmt Ihre Schule bereits an dem Schulobst- und Gemüseprogramm der EU teil, das jeweils von den Bundesländern organisiert wird. Passend dazu hat der 5-am-Tag-Verein Unterrichtsmaterialien für die Primarstufe und die höheren Klassen herausgebracht, die zum kostenlosen Download bereitstehen. Auch die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung stellt kostenlose Unterrichtsmaterialien zur Verfügung, sei es Fußball-Fitness-Ernährung für die Primarstufe oder Materialien zu Essstörungen für weiterführende Schulen. Für die Sekundarstufe 1 empfehle ich auch das Bildungsmaterial von Greenpeace, ist gut jetzt, für umweltbewusstes Essen. Damit möchte Greenpeace den Blick ihrer Schülerinnen und Schüler auf die Hintergründe und Zusammenhänge der Nahrungsmittelproduktion lenken und aufzeigen, welche anderen Wege es gibt und welche eigenen Handlungsmöglichkeiten bestehen. Zuletzt möchte ich Sie noch auf die Wanderausstellung History of Food aufmerksam machen. Die Ausstellung Unsere Nahrung und ihre globalen Wurzeln besteht aus drei Stellwänden und ist für eine Raumgröße ab 30 Quadratmetern geeignet. Mithilfe eines QR-Codes finden Sie hierzu auch Videos, Interviews und weiterführende Informationen, die mit Handys oder Tablets aufgerufen werden können. Zudem wird die Ausstellung von Bildungsmaterial und Workshops begleitet. Ich wünsche Ihnen und Ihren Schülerinnen und Schülern viel Erfolg mit diesen Unterrichtsmaterialien und einen gesunden Appetit! Zudem wird die Ausstellung von Bildungsmaterialien und Schülern